Bonjour Ja, gestern haben wir nicht mehr gefilmt. Wir sind eigentlich nur mehr nach Hause gekommen und haben den Fernseher geschaut und ich habe noch ein Video hochgeladen. Ja, das war es eigentlich. Deswegen habe ich nicht mehr gefilmt, was einfach nicht mehr so interessant war. Und jetzt bin ich noch im Pyjama und mache mich jetzt fertig. Den Weg in Essen. Also, ja. Also werde ich mich jetzt fertig machen. Und euch natürlich mitnehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Wir machen gerade eine Radtour und machen und ich Hey Dann waren wir bei TK und haben Eisen zugekauft Das ist so wie Bofe Nur als ich essen Und jetzt chillen dann für so Kühe Jetzt sind wir Alles frei Okay, jetzt gehts weiter Weitere Musik 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 Bis zum nächsten Mal.